Die Landwirte haben am Mittwoch ihre Protestwoche fortgesetzt. Auf der B8 bei Straubing fuhren zahlreiche Bauern mit ihren Traktoren in einer Sternfahrt von Rhein bis zur Landkreisgrenze Deggendorf. Abstand zwischen den Traktoren gab Autofahrern die Möglichkeit einzufädeln. Das sollte die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich halten. Auf der Rückfahrt sollte es anschließend noch eine Versammlung im Bereich der Kreisstraße SR19 zwischen Straßkirchen und Schambach geben.